Was geht, WW-Universum? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Heute gibt es mal ein etwas ernsteres Thema, nämlich es geht heute um Shad. Dieser verstarb am vergangenen Sonntag beim Versuch, seinen Sohn vor dem Ertrinken zu retten. Dazu später aber mehr. Ich möchte in diesem Video ein wenig die Privatperson beleuchten. Wer diese Person war, sein privater, aber auch wrestlerischer Werdegang und warum ihn so viele Kollegen und Fans aus dem Pro-Wrestling-Business als Helden feiern. Shad Gaspard wurde am 13. Januar 1981 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Dieser Bezirk gehört zu den am dichtesten besiedelnden Gegenden in den USA, aber auch zu denen mit der höchsten Kriminalitätsrate, weswegen diese Gegend auch keinen guten Ruf genießt. Zurück aber zu Shad. Dieser begann im zarten Alter von fünf Jahren bereits mit dem Boxtraining. Trainiert wurde er von seinem Vater Ben Gaspard, der früher als Mann für die schmutzigen Dinge bei einigen Straßenbanden arbeitete, aber später den Sprung zum Bodyguard schaffte. Im Alter von acht Jahren begann er dann zudem mit dem MMA-Training und gewann als Schüler seine ersten Amateurkämpfe und komplette Turniere. Für seine aggressiven, geführten Matches bekam Shad von seiner Mutter den Beinamen The Beast. Erst als er zur Highschool ging, ging es auch mit dem Wrestling los. Zuvor kämpfte er beim ehemaligen WCW-Wrestler Hardy Body Harrison einige MMA-Kämpfe in dessen Promotion. Neben dem Wrestling widmete er sich auch dem Basketball und spielte im Team seiner Highschool. Nachdem diese beendet war, nahm er einen Job als Bodyguard an und diente einigen bekannten Persönlichkeiten wie Britney Spears, Puff Daddy, aber auch Mike Tyson. Nachdem er erste Erfahrungen in Sachen Wrestling in der Highschool sammeln konnte, beschloss Shad, in der zweiten Staffel von WWE Tough Enough im Jahre 2002 teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Castingshow der WWE, in welchen der Gewinner neben einem WWE-Vertrag auch eine große Summe Geld gewinnen konnte. Shad konnte sich dort aber nicht zum Sieger durchsetzen. Durch seine Teilnahme dort wurden aber die WWE-Scouts auf ihn aufmerksam. Sie schickten ihn erstmal zu der WWE-Trainingsliga Ohio Valley Wrestling. 2003 debütierte er dann dort als The Beast. Woher der Name kommt, hatten wir ja bereits. Im Juni 2005 überzeugte er die WWE endgültig und sie boten ihm einen WWE-Entwicklungsvertrag an, den er schließlich auch unterschrieb. Am 16. Oktober 2006 debütierte er dann zusammen mit JTG als Tag Team Crime Time. Der Rest ist Geschichte. Sie blieben bis September 2007 bei der WWE, kehrten danach in die Indies zurück und starteten 2008 ihren zweiten WWE-Run, welcher im November 2010 dann wieder endete. Shad wrestelte in den Indies zusammen an der Seite von JTG bis zu dessen Tod weiter in den Indies. Sein letztes Match hatte er im Januar diesen Jahres. Das Ganze hört sich nach einer 0815-Story eines stinknormalen Wrestlers an, aber warum wird er jetzt als großer Held gefeiert? Grund hierfür ist letztendlich auch, wie er starb. Hier aber mal die ganze Story. Am vergangenen Sonntag, also dem 17. Mai 2020, ging Shad zusammen mit seinem Sohn und einer Schwimmergruppe an den Strand von Los Angeles, um dort zu schwimmen. Bei diesem Badeausflug soll die Gruppe nach übereinstimmenden Berichten von einer starken Strömung ins offene Meer gezogen worden sein. Laut mehreren Quellen half Shad den heranstürmenden Rettungsschwimmern, dabei seinen Sohn aus den Fluten zu retten, und er soll darauf bestanden haben, dass zuerst sein Sohn aus dem Wasser gerettet werden soll. Dies war leider sein Todesurteil. Nachdem die Rettungskräfte mit der Rettung seines Sohnes beschäftigt waren, erfasste Shad eine weitere Welle, welche dafür sorgte, dass er aus dem Sichtfeld der Rettungskräfte verschwand. Zwei Tage lang suchte man vergeblich nach dem 39-Jährigen. Ein Spaziergänger fand am Mittwochmorgen die vom Meer angespülte Leiche von Shad. Er ertrank in den Fluten. Als Vater ist man immer bedacht, sein Kind zu schützen, das ist klar, aber auch schon zuvor zeigte es sich, dass man Shad Gaspard, wenn nicht als Held, zumindest als Alltagsheld bezeichnen kann. Gerade in Sachen Zivilcourage zeigte es sich, was für ein herzensguter Mensch Shad Gaspard war. 2016 machte als Beispiel die Story über einen Tankstellenüberfall die Runde. Nachdem jemand versuchte, mit einer Software eine Tankstelle zu überfallen, entwaffnete Shad den Angreifer, der ihn vorher aufforderte, Bier zu kaufen und zog ihn aus der Tankstelle. Shad ging übrigens die ganze Zeit davon aus, dass es sich hier um eine echte Pistole handelt. Die Polizei musste dann nur noch den ausgenockten Mann verhaften. Vielleicht ging Shad hier etwas falsch in der Situation vor und hätte sich nicht selber in Gefahr bringen sollen. Trotzdem zeigte es sich, was Shad für eine Person war. Er war nie der beste Wrestler, dafür umso besser am Mike und brachte mich nicht nur einmal zum Lachen. Ich spreche seiner kompletten Familie mein größtes Mitgefühl aus und hoffe, dass sein Sohn nicht irgendwann denkt, dass sein Vater wegen ihm gestorben ist. Trotz diesen ernsten Videos wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann ihr halt dieses Video schaut. Und ciao! Tschüss!